Ja, wir sind schon drauf. Mit einer sehr illustren Runde, nämlich Kim Kardashian, Chris Jenner und Oliver Pocher. Welcome to the show. Thank you very much for being here. It's the first time for you. It's your problem. What's your impression so far? It's definitely the most gorgeous thing ever. It's so much bigger and more grand than I imagined it to be. So we're really excited to be here. Es ist ganz toll für Sie hier zu sein. Es ist so viel größer, als Sie es sich vorgestellt haben und noch glamouröser und Sie freuen sich sehr. How long does it take to get ready for your girls? About an hour and a half. That's not too bad. Eineinhalb Stunden, also da brauchen andere länger. Do you give each other advices, how to, what to dress and how to appear at the Rick Carpets? Well, it definitely takes a village. And tonight, Kim played a prank on me and she took my dress in with safety pins. So it felt like my dress was too tight and I couldn't get it on. She's a prankster, this one. So, yeah, so when I... She didn't get too much strudel, apple strudel. So I made her dress smaller from the inside and I pretended that she gained too much weight. Well, good to have each other, isn't it? Also, Kim hat ihrer Mama geholfen ins Kleid zu passen. Die hat so viel Apfelstrudel gestern gegessen und das hab ich nicht mehr ganz reingepasst. So, tell us, everyone, I saw so many pictures of you and it's such a short time after you got your baby. What's the beauty secret? Well, I've been dieting, doing the Atkins diet, but I work out a lot. You just have to take care of yourself and just let it naturally come off. You'll lose the weight. I mean, you had a baby five months ago and you're tiny. I'm wearing Spanx, thank you. Ich trage Spanx, das drückt alles weg, das hilft. Are you going out together very often, Mom and daughter? Well, we live together, so she's my roommate. Her and her boyfriend, her fiancé and my granddaughter. So, we go out quite a bit, all the time. And when we're not together, you know, it's nice for a couple of, you know, a day or two and then we miss each other. So, it's nice. Sie sind sehr eng, die wohnen auch zusammen, die können nicht ohne einander. Are you happy with her boyfriend? I love her fiancé. He's like my son, so I can't imagine life without him. Does he change nappies? Of course. He does. Damit hätten wir das geklärt, Kanye West wechselt auch Windeln und die beiden sind sehr eng. Und ja, Richard Lugnerb erzählt, Miss World ist abgesprungen und da ist es das naheliegendste, Oliver Pocher einzuladen. Ja, hier bin ich. Wie kam's dazu? Ja, ich bin ehrlich gesagt erst vor drei Stunden angerufen worden und dann hieß es, ja, die Miss World ist nicht da, aber du wirst optisch genau der passende Ersatz. Zack, zack, sitze ich hier. Und dann hat mich der Lugner nicht sofort erkannt und wollte mich schon rausschmeißen, aber vorne aus der Loge und danach konnten wir gerade so verhindern. Und auf einmal sitzt du mit Kim Kardashian hier, ne? Ja, und, doch eine Freude oder eine wunderschöne Frau. Ich habe nichts gemacht, aber ich habe Kim Kardashian entstanden. Ja, ich habe gesagt, dass es plötzlich, drei Stunden vorhin ich wusste, ich wusste, hier zu gehen. Und jetzt bin ich hier und ich bin mit dir hier, also. Und das ist der most beautiful Moment in deinem Leben? Das ist einfach einer der besten Moment, die ich jemals hatte. Danke, Vienna. Are you going to dance later? Ja, ich werde tanzen. Yeah, we're going to dance. We wait for niggas in Vienna. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz Runde einen schönen Abend. Thank you very much for coming and have a nice time in Vienna. Ja, dich schmeiße ich jetzt raus. Von dir habe ich genug. Ach, schade. Willst du hierbleiben? Ach ja, ich finde es sehr, sehr schön. Okay, Oliver Pocher bleibt. Kim Kardashian und Kris Channel müssen leider gehen. Thank you very much. Wiederschauen. So, tell us, everyone, I saw so many pictures of you. And it's such a short time after you got your baby. What's the beauty secret? Well, I've been dieting, doing the Atkins diet, but I work out a lot. You just have to take care of yourself and just let it naturally come off. You'll lose the weight. I mean, you had a baby five months ago and you're tiny. I'm wearing Spanx, thank you. Ich trage Spanx, das drückt alles weg, das hilft. Are you going out together very often, Mom and daughter? Well, we live together, so she's my roommate. Mal Pocher einzuladen. Ja, hier bin ich. Wie kam es dazu? Ja, ich bin ehrlich gesagt erst vor drei Stunden angerufen worden. Und dann hieß es, ja, die Miss World ist nicht da, aber du wirst optisch genau der passende Ersatz. Zack, zack, sitze ich hier. Und dann hat mich der Lugner nicht sofort erkannt und wollte mich schon rausschmeißen, aber vorne aus der Loge und dann konnten wir gerade so verhindern und auf einmal sitzt du mit Kim Kardashian hier, ne? Ja, und, es ist doch eine Freude oder eine wunderschöne Frau. Ich habe nichts getan, aber ich habe Kim Kardashian entstanden. Ich habe das gesagt, weil es plötzlich, drei Stunden vorhin ich wusste, ich wusste nicht, hier zu gehen und jetzt bin ich mit dir hier. Und das ist der schönste Moment in dir. Sie und ihr Mädchen, ihr Fiancé und meine Großvater. So, we go out quite a bit all the time and when we're not together, you know, it's nice for a couple of, you know, a day or two and then we miss each other. So, it's nice. Sie sind sehr eng, die wohnen auch zusammen, die können nicht ohne einander. Are you happy with her boyfriend? I love her Fiancé. He's like my son. So, I can't imagine life without him. Sie change nappies? Of course. Don't talk about baby stuff. He does, he does. Damit hätten wir das geklärt, Kanye West wechselt auch Windeln und die beiden sind sehr eng. Und ja, Richard Lugner hat mir erzählt, Miss World ist abgesprungen und da ist es das Naheliegendste. Oliver Pocher. Ja, wir sind schon drauf. Mit einer sehr illustren Runde, nämlich Kim Kardashian, Chris Jenner und Oliver Pocher. Welcome to the show. Thank you very much for being here. It's the first time for you. At your Pro Bowl. So, what's your impression so far? It's definitely the most gorgeous thing ever. It's so much bigger and more grand than I imagined it to be. So, we're really excited to be here. Es ist ganz toll für Sie hier zu sein. Es ist so viel größer, als Sie es sich vorgestellt haben und noch glamouröser und Sie freuen sich sehr. How long does it take to get ready for your girls? About an hour and a half. That's not too bad. Eineinhalb Stunden, also da brauchen andere länger. Do you give each other advices, what to dress and how to appear at the Rick Carpets? Well, it definitely takes a village. And tonight, Kim played a prank on me and she took my dress in with safety pins. So, it felt like my dress was too tight. And I couldn't get it on. She's a prankster, this one. So, yeah. So, when I... She didn't too much strudel. Apple strudel. So, I made her dress smaller from the inside and I pretended that she gained too much weight. Well, good to have each other, isn't it? Also, Kim hat ihrer Mama gehofft, nicht mehr ganz reingepasst. So, tell us. Everyone, I saw so many pictures of you and it's such a short time after you got your baby. What's the beauty secret? Well, I've been dieting, doing the Atkins diet, but I work out a lot. You just have to take care of yourself and just let it naturally come off. You'll lose the weight. I mean, you had a baby five months ago and you're tiny. I'm wearing Spanx, thank you. Ich trage Spanx, das drückt alles weg, das hilft. Are you going out together very often, Mama und Dorte? Well, we live together, so she's my roommate. Über Pocher einzuladen. Ja, hier bin ich. Wie kam's dazu? Ja, ich bin ehrlich gesagt erst vor drei Stunden angerufen worden und dann hieß es, ja, die Miss World ist nicht da, aber du wirst optisch genau der passende Ersatz. Zack, zack, sitze ich hier. Und dann hat mich der Lugner nicht sofort erkannt und wollte mich schon rausschmeißen, aber vorne aus der Loge und dann konnten wir gerade so verhindern und auf einmal sitzt du mit Kim Kardashian hier, ne? Ja, und, doch eine Freude oder eine wunderschöne Frau. Ich habe gesagt, dass ich das nicht wusste, aber ich habe Kim Kardashian entstanden. Ich habe das gesagt, weil es plötzlich, drei Stunden vorhin ich wusste, ich wusste nicht, dass ich hier zu gehen und jetzt bin ich mit dir hier. Das ist der most schöne Moment. Sie und ihr Junge, ihr Junge und meine Großvaterin. So, we go out quite a bit all the time and when we're not together, you know, it's nice for a couple of, you know, a day or two and then we miss each other. So, it's nice. Sie sind sehr eng, die wohnen auch zusammen, die können nicht ohne einander. Are you happy with her boyfriend? I love her fiancé. He's like my son. So, I can't imagine life without him. Does he change nappies? Of course. Don't talk about baby stuff. So, I can't imagine life without him. Kanye West wechselt auch Windeln und die beiden sind sehr eng. Und ja, Richard Lugnab erzählt Miss World ist abgesprungen und da ist es das naheliegendste. Oliver Pocher. Ja, wir sind schon drauf. Mit einer sehr illustren Runde, nämlich Kim Kardashian, Kris Jenner und Oliver Pocher. Welcome to the show. Thank you very much for being here. It's the first time for you at your Pro Bowl. So, what's your impression so far? It's definitely the most gorgeous thing ever. It's so much bigger and more grand than I imagined it to be. So, we're really excited to be here. Es ist ganz toll für sie hier zu sein. Es ist so viel größer als sie es sich vorgestellt haben und noch glamouröser und sie freuen sich sehr. How long does it take to get ready for your girls? About an hour and a half. That's not too bad. Eineinhalb Stunden, also da brauchen andere länger. Do you give each other advices how to, what to dress and how to appear at the Recarpet? Well, it definitely takes a village. And tonight, Kim played a prank on me and she took my dress in with safety pins. So, it felt like my dress was too tight. And I couldn't get it on. She's a prankster, this one. So, yeah. So, when I... She didn't too much strudel. Apple strudel. So, I made her dress smaller from the inside and I pretended that she gained too much weight. Well, good to have each other, isn't it, to appear at the Recarpet? Well, it definitely takes a village. And tonight, Kim played a prank on me and she took my dress in with safety pins. So, it felt like my dress was too tight. And I couldn't get it on. She's a prankster, this one. So, yeah. So, when I... She didn't too much strudel. Apple strudel. So, I made her dress smaller from the inside and I pretended that she gained too much weight. Well, good to have each other, isn't it? Also, Kim hat ihrer Mama geholfen, ins Kleid zu passen. Die hat so viel Apfelstrudel gestern gegessen und das hab ich nicht mehr ganz reingepasst. So, tell us. Everyone, I saw so many pictures of you and it's such a short time after you got your baby. What's the beauty secret? Well, I've been dieting, doing the Atkins diet, but I work out a lot. You just have to take care of yourself and just let it naturally come off. You'll lose the weight. I mean, you had a baby five months ago and you're tiny. I'm wearing Spanx, thank you. Ich trage Spanx, das drückt alles weg, das hilft. Are you going out together very often, mom and daughter? Well, we live together. So, she's my roommate. Her and her boyfriend, her fiancé and my granddaughter. So, we go out quite a bit all the time and when we're not together, you know, it's nice for a couple of, you know, a day or two and then we miss each other. So, it's nice. Sie sind sehr eng, die wohnen auch zusammen, die können nicht ohne einander. Are you happy with her boyfriend? I love her fiancé. He's like my son. So, I can't imagine life without him. Does he change nappies? Of course. Don't talk about baby stuff. He does, he does. Damit hätten wir das geklärt, Kanye West wechselt auch Windeln und die beiden sind sehr eng. Und ja, Richard Lugner hat mir erzählt, Miss World ist abgesprungen und da ist es das Naheliegendste, Oliver Pocher einzuladen. Ja, hier bin ich. Wie kam's dazu? Ja, ich bin ehrlich gesagt erst vor drei Stunden angerufen worden und dann hieß es, ja, die Miss World ist nicht da, aber du wirst optisch genau der passende Ersatz. Zack, zack, sitze ich hier. Und dann hat mich der Lugner nicht sofort erkannt und wollte mich schon rausschmeißen, aber vorne aus der Loge und danach konnten wir gerade so verhindern und auf einmal sitzt du mit Kim Kardashian hier, ne? Ja, uns doch eine Freude oder eine wunderschöne Frau. Ich habe nichts getan, aber ich habe Kim Kardashian ja, ja, ja. Ich habe gesagt, das war, weil es plötzlich, drei Stunden vorher ich wusste, ich wusste, ich wusste hierher, und jetzt bin ich mit dir hier. Und das ist der most beautiful moment in deinem Leben? Das ist einfach einer der besten Momente, die ich jemals hatte. Danke, Vienna. Are you going to dance later? Ja, ich werde tanzen. Yeah, we're going to dance. We wait for niggas in Vienna. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz Runde einen schönen Abend. Thank you very much for coming and have a nice time in Vienna. Ja, dich schmeiß ich jetzt raus. Von dir habe ich genug. Ach, schade. Willst du hierbleiben? Ach ja, ich finde es sehr, sehr schön. Okay, Oliver Pocher bleibt. Kim Kardashian und Chris Channel müssen leider gehen. Thank you very much. Wiederschauen. Holfen ins Kleid zu passen. Ich habe zu viel Apfelstrudel gestern gegessen und deshalb nicht mehr ganz reingepasst.